Der Wechsel von Felix Metscher zum BVB befindet sich auf der Zielgeraden. Laut Sky Reporter Florian Plettenberg handelt es sich hier bereits um einen Dornen Deal. Die letzten Details sollen laut ihm innerhalb der nächsten Stunden geklärt werden und damit sind dann wahrscheinlich Medizincheck und Vertragsunterschrift gemeint. Und die offizielle Verkündung dürfte dann auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Was in jedem Fall mal ein richtiger Hammer ist, der es in sich hat, ist die vermeintliche Ablöse, denn die soll sich auf 30 Millionen Euro plus zwei weitere Millionen an Boni belaufen. Und laut den Ruhrnachrichten soll es wohl so sein, dass Felix Metscher einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben wird. Und auch wenn ich zu denen gehöre, die sagen, ja, Metscher passt sportlich ins Profil von Terzic, gerade seine körperlichen Werte lassen sich sehen, aber auch technisch ist er auf einem ganz guten Niveau und ja, Potenzial ist ebenfalls vorhanden. Aber man muss halt auch bedenken, dass Metscher gerade erst seine erste richtige Profisaison hinter sich hat. Ja, da hat er zwar viel Gutes gezeigt, keine Frage, und ich traue ihm auch zu, noch den ein oder anderen Schritt zu machen, aber es gab auch einige Fälle beim BVB, wo auch gerade die Bundesligatransfers auch gerne mal in die Hose gegangen sind. Und da wundert es mich dann doch, dass man einfach mal bereit ist, für Metscher ins volle Risiko zu gehen und dem VfL Wolfsburg das Doppelte seines Marktwertes auf den Tisch zu legen. Also Terzic muss ja wirklich total von ihm überzeugt sein. Und ja, für Wolfsburg, da brauchen wir nicht großartig drüber sprechen, ist das natürlich ein grandioses Geschäft. Er kam ablösefrei von Manchester City und spürt jetzt einfach mal 30 Millionen Euro in die Kassen. Was allerdings auch Fakt ist, Felix Metscher steht bei einigen BVB-Fans nach wie vor in der Kritik. Und wenn man das jetzt mit der Ablöse und den darin gesteckten Erwartungen zusammennimmt, dann ist der Druck, der jetzt auf Metscher lastet, auch entsprechend groß. Und da bin ich für meinen Teil echt mal gespannt, ob er dem auch gewachsen ist. Weil ich sag's euch wie es ist, wenn der BVB hier so tief in die Tasche greift, dann muss das sportlich auch zünden. So zumindest meine Meinung dazu. Ich meine, bei einer Ablöse um die 20 Millionen Euro hätte ich mich da jetzt vielleicht noch zurückgehalten. Aber bei 30 plus 2, da muss dann auch was kommen. Punkt. Und jetzt auch nochmal was zur Kontroverse, denn da hatte Watzke vor einigen Tagen Folgendes gesagt. Das ist ein ganz normaler Junge. Ein normaler junger Fußballer. Er ist kein Typ, der innerhalb der Gruppe mit seinen Einstellungen oder seinem Verhalten für Unruhe sorgt. Und ansonsten soll er wohl noch gesagt haben, dem normalen Fußballpublikum sind diese Themen eher fremd. Sie erwarten vom Fußball erstmal Fußball. Etwas pikant ist dabei jedoch, dass Watzke bei diesen Zitaten wohl keine Freigabe erteilt hatte. Aber das ändert jetzt natürlich auch nichts daran, dass sie normal existieren. Auf jeden Fall können wir aber mal davon ausgehen, dass Kehl, Terzic, Watzke sich schon mit Matcher zusammengesetzt und das Ganze auch ordentlich ausdiskutiert haben. Aber naja, ich bin wie gesagt in jedem Fall mal richtig gespannt, wie er sich beim BVB machen wird. Viele rechnen mit einem Flop auf Ansage, zumindest von dem, was man so liest in manchen Foren. Aber Leute, wer weiß, vielleicht schlägt er ja auch voll ein. Gerade bei Spielern, wo man vom Schlechtesten ausgeht, wird man ja meistens dann doch eher positiv überrascht. Aber gut, ich werde euch natürlich über die weiteren Entwicklungen rund um den BVB auf dem Laufenden halten und bis dahin würde ich sagen, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.